hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem let's play von situation wir waren ja immer noch hier in der dark zone ja alles klar das wissen wir nein nein sagt bloß komm verlob wir töten dich jetzt schießt lasst mich am leben hm hm ja 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 komm 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 raus komm 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 ab Tagesaufgabe abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Was haben wir denn hier? Deadeye-Abzugshandschuhe. Waren hier auch noch welche? Okay, scheint die ganzen Haufen ausgelischt zu haben. Hm. Kann ich leider nicht anziehen. Aber ist auch nicht schlimm. Das Ziel, das wird die letzte Folge von diesem Let's Play. Habe ich mir jetzt vorgenommen. Weil hier ist nicht mehr wirklich irgendwas zu erreichen für mich. Und das Spiel hat mir jetzt nicht so extrem zugesagt, dass ich mir jetzt noch die LCs holen würde. Ich denke, das hier ist die 104. Folge. Das muss genug sein. Das muss reichen. Wir haben die Hauptstory durchgespielt. Und das hier ist jetzt nur noch rumgeeiert. Und wir brauchen das Let's Play nicht weiter künstlich rauszuziehen. Davon hat keiner was. die Folge, die machen wir noch schön voll. So viel zu schön. Das hat's ja in der letzten Folge schon gesagt. So, die Hauptstory. Da konnte ich jetzt... Oh, da kann ich mich nicht beklagen. Das war alles in Ordnung. Nur der Rest, der war immer ein und dasselbe. Die ganzen Nebenaufgaben, Nebenmissionen, die man hatte. Ich weiß nicht. Dann hier in der Dark Zone. Irgendwie kann ich nur mein Level hier hochziehen. Kann noch weiter Equipment freischalten. Aber es gibt keine richtige Mission oder so. Dafür weiß ich auch nicht, wofür ich jetzt hier weitermachen soll. großartig. Und dass hier hier drin rumlaufen. Ja gut, hier sind ganz viele Elite-Gegner. Klar, das ist... Ist halt nicht so einfach wie draußen, dass man die einfach hier wegmäht und weiter... Das funktioniert halt nicht. Aber mehr ist es auch nicht. Man hat halt jetzt richtige Gegner. Ich warte dann lieber noch ab. Ich hab mich auch da beworben für einen Beta-Zugang für Situation 2. Also wenn ich da die Trailer gesehen hatte auf der E3. Also da ist... Das ist ein riesengroßer Unterschied zu dem hier. Da warte ich lieber drauf. Das kommt spätestens Ende des Jahres raus. Und da haben wir mehr von. Bin ich mir sehr sicher. Ich wollte mir hier jetzt für jedes Action noch ein Deal-Zieh holen. Nee. Lass mal. Da macht ihr. Ich hole euch auch mal auseinander. Tschüssi. Tschüssi. Gibt dein Zeug. Wo sind die verlorenen Sachen? Da drüben. Ah. Ja genau. Hier wurden wir ja erschossen. Jetzt haben wir das Zeug auch wieder. Hier müssen noch irgendwo müssen hier noch Gegner sein. Das Gewächshaus. Das haben wir doch gern. Dark Zone Werbung. Einmal du ich nicht. Da habe ich jetzt gerade was gesehen. Müssten wir noch ein Wahrzeichen räumen. Das machen wir noch. Dann können wir noch diese eine Nebenaufgabe da abschließen. Und dann ist aber Feierabend. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon fürs Zuschauen vom Let's Play. Ähm. Ja. Wie gesagt. Ist so. Hm. Es ist nicht ganz schlecht. Aber es wäre viel mehr drin gewesen in dem Spiel. Und ich glaube auch nicht dass die DLCs es gut machen würden. Wenn ich mir die jetzt noch hole. Bin ich mir sehr sicher. Dass ich mich dann nachher doch nur aufregen würde über das Geld was ich dafür noch ausgegeben habe. Schöpäle. Schöpäle. der nördliche tonne das war jetzt meine persönliche meinung da kann jeder sich natürlich seine eigene meinung bilden auch mir hat es nicht zu 100 prozent zugesagt ist einfach fakt zu eintönig das war sehr gut das werden sie brauchen laut aufzeichnungen ist dieser bereich sicher welche aufzeichnung ich habe keine aufzeichnung gesehen so sterbeort da geht es wieder hin ganz sicher wobei ich das material nicht mehr brauche aber wir versuchen zurück zu erobern da sind wir wieder Gibt mir mein Zeig wieder! Mist, das funktioniert nicht. Alles klar. Gut, hier im Tunnel habe ich natürlich auch gar nichts für mich zu verstücken. Sehr schlicht! Warum muss ich mir die Stelle immer wieder neu markieren? Der nördliche Tunnel. Jetzt ist das Zeug natürlich verschwunden. Ah, es ist egal. Ist scheißegal. Aber wenn die Aufnahme gleich fertig ist, werde ich es eh nicht mehr spielen. Ich hab genug. Ach, das Zeug liegt aber anscheinend immer noch da. Ich krieg's nicht. Das ist ein Kinderspiel. Ich krieg's nicht mehr. Ach, so. Lassen wir uns gut sein. Ich beende das Let's Play dann jetzt damit. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir trotzdem gerne einen Daumen nach oben lassen. Lassen ein Abo, falls ihr nicht getan habt. Und die Kommentare sind immer wieder gerne gesehen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns in den nächsten Let's Plays wieder sehen. Bis dahin, meine Freunde. Ciao, ciao.